Hallöchen meine Lieben, Willkommen zu einer neuen Runde der Bad Daylight. Wir sind wieder mit Finn unterwegs, einfach weil Killer momentan unspielbar ist und ja, wir haben innere Kraft, Niederbild, beweise dich und wir schaffen das dabei und ich laufe direkt gegen den Busch. Ich bin mal gespannt, wer der Killer ist. Da ist auf jeden Fall schon mal jemand dran. Was hatte die gerade für ein Problem? Ist das ein Einmann-Jen? Weil die gerade abgehauen ist? Wo ist denn der Jen? Hä? Okay, jetzt weiß ich, warum die abgehauen ist. Weil der Jen gar nicht hier ist. Was sind denn hier? Oh. Die Mogorgon. Hi. Jetzt bin ich so verpeilt. Da muss irgendwo ein Totem sein. Ja. Nehmen wir direkt weg. Oh, da hat jemand einen Anführer dabei. Das ist klasse. Wer auch immer das gerade war, darf gern bei mir stehen bleiben. Yun-Jin wird gejagt. Einere Kraft ist ready. So, wo fetzen die zwei denn rum? Keine Ahnung. Da ist noch ein Totem. Oh, da ist er. Der Demogorgon. Wird gerade gestunt. Er zerstört die Palette nicht. Oh, er läuft weiter mit ihrem Kreis. Ach Gottchen. Jetzt nimmt er sie weg. Warum läuft er wieder aus noch rum? Was macht er denn? Er jagt ja immer noch hinterher. Du hättest lieber das Ziel wechseln sollen, John. Unser Jen ist fast bei der Hälfte. Ich muss dann das Tod umsuchen gehen. Irgendwo hier muss eins sein. War er Ruin? Nö. Das ist mein Jen in Ruhe. Oh, wow. Oh, der war noch drauf. Das ist aber gemein. Gut, wir laufen. Wir laufen. Oh Gott, das war jetzt zu langsam, glaube ich. Nö. Shitty. Ich muss halt aufpassen. Ich habe keinen Balance Landing. Der lässt halt nicht locker. Jetzt. Da ist es, Bruder. Geh weg, du. Ich habe eigentlich keinen Bock, mit dir hier zu spielen. Ey, nein. Das war jetzt aber nicht der Plan. Wow. Die nehmen die Tule. Bis weg hier. Das ist aber heftig. Das ist mein Jen. Nein. Böse hat die Morgorgon. Kämpf nicht rum. Kämpf nicht rum. Alter. Nicht sein Ernst. Hau ab. Der Kämpft hier. Hat irgendjemand von euch geliehener Zeit? Alter. Das ist nicht dein Ernst. Das ist Facecampen, was du gerade machst. Was habe ich dir denn getan? Boah. Bist du ein Arsch. Jetzt ist er weg. Schnell hol mich runter. Kannst du mich noch heilen? Oh Gott. Dann musst du für mich tanken, bitte. Ist er jetzt wieder? Ja. Ja, klar. Scheiße. Geh weg, du. Das kann jetzt nicht sein. Was soll denn das? Kämpfen und tunneln. Was habe ich dir denn getan? Alter. So spielt man nicht, Killer. Das ist doch nicht normal. Junge. Junge. Fertig. Hast du gut gemacht. Gut. Da macht jemand den Todem weg. Ich hoffe, dass das jetzt nötig ist, wenn es das ist. Gebt ihn doch noch das Todem. Ja, der Facecampt mich halt. Kein Plan, was ich dem Jungen getan habe. Nee, war kein Löt. Leute. Das ist das beste Beispiel für Facecampen. Und das ist nicht lustig. Alter. Hol mich runter. Ganz schnell, bitte. Dankeschön. Tank für mich. Tank für mich. Wenn ich jetzt down gehe, bin ich wieder tot. Habe ich den Arsch jetzt hinter mir? Heil mich. Ich habe zwar innere Kraft, aber... Er kann jetzt nur hier hochkommen. Boah! Momentan ist er auch Survivor untragbar. Wo ist denn da was? Wo ist denn hier der Ausgang? Ich habe doch nicht geguckt. Ich hing doch am Haken. Okay. Ja. Ist der offen? Ja. Arsch. Arschgeige! Arschgeige! Da, 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 da! Du! Blöder Sack! Facecampen hier. Was macht denn der? Warum hat der keine roten Fleck mehr? Warum hast du keinen roten Fleck? Warum gibt es kein Geräusch? Da ist kein Geräusch mehr. Ach, was soll's. Wir haben überlebt. Wir sind draußen. Obwohl wir gefacecampt wurden. Puh. Ein dickes, fettes Dankeschön an die Mates. Ehrlich. Das war richtig klasse von euch. So. Selbstlosigkeit null. Ja, wie denn auch? Wenn du nur am Haken hängst und gecampt wirst. Peanut. Unerbitterlich. Ein dickes. Ach, deswegen. Spannungsstoß. Ja. Gut, recht viel haben wir in der Runde nicht geschafft. Aber wir sind rausgekommen. Ich hoffe, es hat euch trotz allem gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben. Dann lasst mir gerne ein Kommentar hier. Dann lasst mir irgendein Abo dran. Da freue ich mich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.